So Leute, jetzt sind wir hier auf dem Parkplatz hier. Ganz tolles Auto neben uns hier. Ein Camaro. Mördermäßige Reifen unter hier sozusagen. Und ist ja auch so. Ja, was haben wir hier? Tolles Auto. Ein S5. Ist das S5? Na, könnte auch was anderes heißen, aber das sagen wir lieber nicht hier in Deutschland, was das sagen könnte. Gab ja mal einen Kuga, der hatte auch die gleiche Bezeichnung. So, ähm, ja, sehr schönes Auto hier, wie gesagt. Metallic rot. Und, bin schmutzig, aber das kommt halt vom Schmutz sozusagen. Natürlicher Schmutz kommt von der Straße und aus der Luft hier. So, hier drin sieht er ein bisschen netter aus noch. Leider auch schon gleich mitgefahren worden, deswegen ein bisschen, bisschen Schmutz von draußen nach drinnen. Da fühlt man sich ja gleich wieder wohl, wie in der Natur. Ja, schönes Kapoli, wie gesagt, sieht man hier nicht kaputt. Alles ganz erstklassig. Ist, glaube ich, demnächst auch zu verkaufen im Netz oder so. Kann ich jetzt nichts genaues zu sagen, aber wir fahren den mal Probe so ein bisschen gratis in dem Sinne. Ja, schönes Auto, wie gesagt, ist in der Nähe von Hamburg. Und ist der schöne Chevrolet Camaro. Kann man auch nochmal nachlesen hier. Da steht's. Camaro, 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 Camaro. Oh, okay.